Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Hier ist Marie. Ich bin nicht zu Hause, freue mich aber über alle guten Nachrichten nach dem Team. Hallo Marie, hier ist deine Mutter. Ich wollte nur mal wieder deine Stimme hören. Du musst aufstehen, Mama. Willst du nicht, dass sie den Hund aufregen? Hau ab hier! Ich hab dir gesagt, dass ich so etwas nicht mehr mache. Das hast du mir beigebracht, Damir. Du hast mir beigebracht, dass manchmal andere Gesetze gelten. Da ging es um Marie. Das geht immer um Marie. Herr Resilowski. Also wir haben jeweils ein vermisstes Mädchen und jeweils einen angeblichen Sexualtäter, der spurlos verschwindet. Ich hätte gern, dass sie die ungeklärten Fälle durchsehen. Hast du gehört, dass Morat raus ist? Vergiss es. Es ist vorbei. Marie kommt nicht wieder. Es ist vorbei. Wovon geh ich nicht? Wie kann das passieren? Der ist doch nicht zu fassen! Er wird dich jagen, Mama. Ja, ich weiß. Aber auch, ich weiß. Wie kann das passieren? Wie kann das passieren? Wie kann das passieren?